ja hallo herzlich willkommen zu meiner heutigen sendung ich habe was ganz besonderes für euch mitgebracht heute ist meine geliebte familienküche angekommen das ist ein buch was zum 300 geburtstag von greve und uns herausgekommen ist und wo ich meine küchengeschichte erzähle die geschichte meiner familie wie ich zum kochen gekommen bin was für mich wichtig ist und deswegen drehen wir das auch wie fast alle videos hier in der mühle weil die ist für die familie die eigentlich geflohen ist aus pommern siebenbürgen brandenburg die ist einfach hier gelandet in südbaden und sehr glücklich und das glück möchte ich mit euch teilen weil das hat auch ganz viel mit essen und trinken zu tun hier sieht man zum beispiel die scheune dahinter die wir jetzt gerade ausbauen werden und das bin ich als sehr kleines kind und da sieht man so ein bisschen die kapitel weil natürlich hat für mich das ernährung in schwangerschaften stillzeit hat für mich eine ganz wichtige bedeutung hier bin ich noch nicht schwanger sondern bei lufthansa stewardess und das war der anfang weil wir uns ja kennengelernt haben dann geht es aber natürlich schon weiter mit was sollte ich essen wenn ich ein baby erwarte was tut aber auch der gesamten familie gut das ist mir wichtig und danach kommt natürlich dann familie werden denn da ändert sich doch viel im leben das ist unser hochzeitsfoto und da ist corneus schon auf der welt und das war mein erstes buch was ich für gräfin unser geschrieben habe also das ist jetzt auch schon fast 40 jahre her sah ganz unterschiedlich aus zwischendurch wie man hier sieht und ich meine ein rohes eigelb auf dem babybrei das würde man sich heute nicht mehr trauen das wäre auch nicht sinnvoll aber das zeigt manches ändert sich und ich glaube das kunststück ist das gute zu behalten und das bessere einfach anzunehmen und das versuche ich auch mit diesem buch also zum beispiel kohlrabi hackfleisch topf das werde ich auch für euch in einem extra video kochen das ist so ein familienessen schon für uns als kinder und das denkt man es kann doch nicht schmecken aber ich sage euch es schmeckt super und ich mache es euch auch noch mal mit sojaschnitz denn nicht jeder möchte heutzutage mehr fleisch essen das hat sich sicher geändert topf palatschinken das ist so ein bisschen großmutter rezept von meiner siebenbürgischen großmutter und hier geht es dann natürlich mit kindern los das bin ich mit meiner schwester mit meiner mutter und meinen geschwistern also mein kleiner bruder und da sieht man ich habe mich schon damals nicht gerne weg drängen lassen und war halt wahnsinnig gerne in der küche und meine mutter hat das gefördert wir kriegt nämlich so ein puppen koch herd mit dem dann unsere enkelsöhne auch in der mühle mit mir kochen und das war unser großes glück und hier war eigentlich so das war der speiseplan den machte ich ungefähr mit 14 da hatte meine mutter krebs und musste ins krankenhaus zur operation und da habe ich mit ihr den speisezettel gemacht und ich glaube da habe ich mich frei gekocht weil ich konnte niemand fragen ich musste es fertig kochen ich habe immer nachmittags gekocht mein vater hat es dann warm gemacht und hier waren natürlich dann unsere kinder und der familietisch und auch essen mit freunden und zum geburtstag gab es dann die playmobil eisenbahn und die torte auf den waggons königsberger klopse liebte meine schwiegermutter und die habe ich dann mal ganz gesund gemacht dass jeder in diesem video schlosskartoffeln von frau mikutschi auch ganz toll und dann das ist schon relativ neu es gab immer schon ein bisschen vegetarisches essen aber dass das jetzt so prominent ist das ist eigentlich neu falafel gab es damals auch noch nicht aber zunehmend orientieren wir uns um und ich finde es ist eine bereicherung das essen wird einfach bunter so das sind natürlich ganz toll gegrillte aubergine mit hummus ist auch für mich so eine neue entdeckung die eben zu machen mit tahin das ist schon besonders lecker linsen spinat curry habe ich schon immer gern gemacht und der gefüllte kürbis ist auch ein klassiker und spätzle also hier im süden muss man das natürlich irgendwann aufnehmen und in dem fall mache ich den spätzleteig mit kürbis und das schmeckt echt köstlich ja backen heißt für mich oft auch brot backen und hier sind da noch so ein paar rezepte die es bei kranken kindern gibt also waffeln die sehr fettarm sind eine suppe die die man bei magen darmerkrankungen geben kann und hier so eine aufbau suppe wenn man wieder zu kräften kommen muss und dasselbe gilt fürs eis und fürs apfelmus und meine schwiegertochte wiki die aus einer familie mit sechs kindern kommt backt kieschbleche ohne ende und das hilft der ganzen familie und entlastet mich sehr wenn sie da mit ihrem kieschblech ankommt da gibt es noch ein paar salate die auch ein bisschen länger stehen dürfen und die alle bei grillen oder zum abendessen einfach lieben und dann am ende noch ein paar schmor festgerichtet die rinderbäckchen die habe ich auch schon mal für 60 gemacht oder jetzt habe ich sie auch mal gemacht ja für 65 zu einem runden geburtstag meines mannes letztes jahr rehkeule ist der klassiker aber mal mit orangen und natürlich unsere weihnachtsgans ja ich hoffe das buch macht euch genauso viel spaß wie es mir spaß gemacht hat es zu schreiben also es gibt mehr als spaghetti kommt doch jetzt einfach mit in die küche da koche ich für euch noch mal die königsberger klopse ja und jetzt geht es natürlich in die küche in die geliebte familienküche und ja auf dem titel ist ja spaghetti aber nicht dass ihr denkt in dem topf ist jetzt spaghetti sondern da sind jetzt kartoffeln denn ich habe gedacht ich koche für euch und für mich natürlich königsberger klopse auf die leichte art die schwimmen nämlich in einem lauchrahmen und sie sind aus geflügel gemacht denn wenn es für die familie etwas zu essen gibt dann muss es natürlich immer viel soße haben sonst kriege ich ärger weil soße ist für alle das allerwichtigste und deswegen sind wir eigentlich gar nicht so spaghetti esser sondern es gibt was es gibt wir lieben polenta kartoffeln nur manchmal weil die mag mein man nicht so gerne jede familie entwickelt natürlich so ihre eigenen rituale und traditionen und wenn ich jetzt euch mal das bild zeige die sehen natürlich ein bisschen anders aus mit nicht ganz so viel soße aber das sind die königsberger klopse und das rezept findet ihr auch auf meiner seite denn bei der familienküche ist es immer so eine mischung von traditionen und daraus ergibt sich dann das was jede familie so als lieblings familienküche bezeichnet für mich ist es halt wichtig als ernährungswissenschaftlerin dass ich da auch immer gemüse verstecke dass eben in der soße sind eben zwei mega stangen lauch und das merkt so keiner die schmeckt super würzig aber keiner denkt so jetzt esse ich wahnsinnig viel gemüse und trotzdem ist es eigentlich die gemüse beilage fürs mittagessen und das zieht sich eigentlich wie ein roter faden durch meine gesamte familienküche klar gibt es so ein paar ausreiche hier muss ich übrigens noch abschmecken mit zitronenschale das hätte ich früher hätte es das noch nicht gegeben weil da war zitronenschale behandelt also ein bisschen ändert sich auch die familienküche zitronensaft gab es natürlich schon immer so ein bisschen säure gehört ja einfach zu königsberger klopsen dazu und ja zur familienküche gehört eben auch dass es immer ein kompromiss ist auch zwischen schnelligkeit und machbarkeit und weil familienküche ja ganz viel auch mit zusammen essen zu tun hat nicht nur mit kochen nehme ich euch jetzt mal mit in den mühraum denn gerade wenn wir alle zusammen sind dann passen wir nicht mehr an den küchentisch dann essen wir im mühraum so und hier sitzen wir und essen wenn wir alle da sind diesen tisch kann man tatsächlich für 14 leute ausziehen also da kann die ganze großfamilie platz haben ja und hier sitze ich auf dem weihnachtsbild wo wir alle zusammen sind und denn hier findet dann das familienleben statt natürlich mit weihnachtsbaum und allen ja ich finde schon dass man mit essen und trinken eine familie zusammenhalten kann und das zusammen an einem tisch zu sitzen dass das schon ganz große erfahrung ist und dass das auch alle mit einbezieht die kleinsten und die ältesten ich habe schon mein erstes buch für greff und unter geschrieben das war kochen für babys das ist schon ziemlich lange her weil mein baby wird dieses jahr für dich 40 und ich habe schon jede menge enkelkinder das buch war für mich auch so ein bisschen rückblick auf meine zeit mit der familie auf unsere lieblingsrezepte auch vielleicht das was mich geprägt hat was ich gern gekocht habe wenn es euch gefällt schaut mal rein bei amazon gibt sicher auch wieder blick ins buch guckt bei instagram und ich werde auch noch ein rezept aus dem buch kochen das könnt ihr dann in einem anderen video anschauen wenn es euch gefallen hat dann ihr wisst lasst ein abo da abonniert meinen newsletter ja und wenn ihr mögt kauft mein buch verschenkt es ich glaube es wird jedem der familie und der gutes essen liebt ganz viel freude machen tschüss und bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal